Hallo und herzlich willkommen auf CubeCraft! Bei einer Runde Lucky Block Skywars haben wir ja schon mal gespielt, ich weiß es nicht, wenn wir dann mit Nico zusammen, also zum ersten gibt es jetzt das Problemchen, dass eigentlich am Montag, also heute, MTA kommen sollte, aber MTA hat ein Problem und zwar, vielleicht kennt hier jemand von euch die Lösung, ähm, minimiert es bei jeder, äh, alle 5 bis 10 Sekunden und, äh, das ist natürlich zum Aufnehmen dann ziemlich nervig und auch schwierig, ähm, das Problem hatte ich früher schon mal auf der Version 1.4, deswegen, ähm, wurde das Let's Play auch, glaube ich, abgebrochen damals, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon mal Let's Play haben, jedenfalls hatten wir es vor und dann ging es nicht, weil es, äh, wie gesagt, minimiert hat, und dann hatten wir die Version 1.5 und die hat geklappt, bis jetzt, jetzt kann ich mit dir nicht mehr normal aufnehmen und, äh, bis das Problem behoben ist, wird deshalb von meiner Seite aus kein MTA, mal kommt vielleicht, äh, haut der Nico da was, noch was raus, mh, ich stelle ein Video für ihn mehr, da mussten wir uns mal besprechen, ähm, was wollte ich noch, genau, wenn jemand eine Lösung für dieses Problem kennt, bitte schreibt es in die Kommentare, wir würden uns sehr freuen, vielen Dank. Die zweite Sache ist, ähm, ich hatte ursprünglich schon was aufgenommen, äh, das ist aber weg, äh, kurze Rede, lange Rede, kurzer Sinn, ich nehme jetzt einfach was Neues auf, und das ist, äh, Lucky Blocks Star Wars, ähm, ja, und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, springen ja runter und machen zwei Ründchen, wenn das denn klappt, und gehen mal hier hin, so, wir machen einfach mal, zack, volles Fallen, und dann läuft die Sache dort schon, doch schon. So, da sind wir auch schon, da lecken das Kit-Bilder, so, sind hier schon Spieler drin? Ah, drei, vier, fünf, ähm, ja, steht auch nett, seid, hehehe, so, ähm, ja, äh, ich glaube, das haben wir schon mal letztlich, vielleicht müssten wir eigentlich, äh, das Spiel ist natürlich simpel, öffne die Lucky Blocks, hol dir dein Loot, wie in einer Loot-Chest, ähm, und, äh, mach dir einen Spielerplatz. Ich bin nicht sehr gut in dem Spiel, aber man muss nicht gut sein, man kann auch so Spaß haben. Und, ich würde ja auch nicht sagen, dass ich schlecht bin, ich habe halt nur meistens Pech. Ähm, genau, noch eine Sache, was mir gerade auffällt, ich spiele nicht mit Texture-Packs, das liegt daran, weil meine Frame-Rate sowieso schon runter geht, as fuck, ähm, wenn ich deshalb, äh, oh, ähm, deshalb, oh, da brennt was, ich muss mir ausmachen. Genau, weil das Ding sowieso schon, wie jetzt zum Beispiel, abschmiert und mit einem Texture-Pack wird das womöglich noch mehr abschmieren, deswegen erstmal keinen Texture-Pack und ich habe Äpfel, sehr viele Äpfel und da hat noch niemand ein Dias-Schwert. Ohlala, ich brauche mal eine Waffe, es hat noch jemand ein Dias-Schwert. Das Ding ist, und das ist scheiße an dem Server, wenn jemand ein Dias-Schwert bekommt, dann leckt das Hartz, weil einfach knapp 5000 Dinger in die Luft schießen, also Raketen, und das ist natürlich nicht so vorteilhaft, ne. So, die Schafeln nehmen wir auch noch. So, jetzt müssen wir, irgendwie haben wir hier nicht noch einen Lucky Block. Wir haben echt nur den Scheiß, der richtig Pillow. Okay. Zwei Möglichkeiten. Wir bauen uns rüber, wir haben jetzt 16 Steine, und hoffen, dass sie nicht Dreck zerbrutzelt werden, oder auch runtergekickt werden. Ich vermute es aber schon, aber wir versuchen jetzt unser Glück, und es bleibt uns gar nicht übrig. Perfekt. Was? Nein! 3x3 Block. Okay, das ist natürlich hart am Sacken, wie im Stream, da bin ich auch zweimal ins Loch gefallen. Okay. Erstmal GG, das hier Punkte, und dann T-Slash-Leave. Geht das nicht? T-Slash-Leave. Achso, okay. Ja, wenn manchen muss man nur L drücken, dann weiß der schon, okay, leave. Bei dem schauen wir nicht. Wir sind ein wenig rückständig, ne, CubeCraft. Nummer 1-Server in Deutschland. Ähm, okay, wo gehen wir denn jetzt rein? Mal nicht Forest, wir gehen mal Western, Frost. Frost ist eigentlich auch ganz schön. Ich glaube, ich gehe mal Frost. Frost ist super schön. Gefällt mir super gut, die Map. Die Map ist ziemlich verwinkelt, finde ich. Also, mit verwinkelt meine ich da, insel, da, insel, da, insel, da, insel, überall, insel, überall. Einfach überall. Ähm, und überall sind Spieler. Und, ähm, man hat aber auch, äh, eigentlich immer gutes Loot. Erstmal GG. Äh, nee, geht nicht gut, schade. Macht nix. Man hat eigentlich auch immer gutes Loot dabei. Bis auf den Anfang, wenn jeder Diastrack bekommt, dann ist das ungeil. Das wird noch zweimal passieren. Zwei, dreimal. Und bis jetzt habe ich nur Stäbe bekommen. Und, äh, das ist auch nicht so endgeil. Aber ein Regenstipp. Äh, und noch ein Stab. Ich habe halt alle durch. Komm, bitte noch ein. Komm schon, komm schon. Ach, schade. Nee, das ist echt unpraktisch, Digga. Das ist sehr unpraktisch. Äh, äh, muss mich rüber wollen. Ja, ich muss mich rüber machen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Keiner bemerkt mich, keiner bemerkt mich, keiner bemerkt mich, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, ich habe geschafft. Oh, was ist denn das heute? Ich kenne nur Stäbe. Sind wir hier in Harry Potter oder was? Oh, ist das sehr gerne ernst jetzt? Was ist das? Das ist ja richtig miese. Was soll ich bekommen? Gar nichts. Krass. Ein relativ nötiger Lucky Block. Hier sind nochmal zwei. Krass, ich will mal eine Pickaxe. Ich will mal eine Pickaxe. Nein, oh. Deswegen ist ein Holz hätte. Habe ich Holz? Nein, das ist Erde. Deswegen ist ein Holz hätte, verdammte Scheiße. Das ist ungeil. Und da explodieren schon die ersten Sachen. Wir sind ziemlich scheiße im Rückstand, muss ich ehrlich sagen. Weil wir können einfach, wir haben zwei Erdbretter, das bringt ein Scheiß alles. Das fuckt mich jetzt schon mega ab, ey, ganz ehrlich. Einwerfen, vielleicht treffen wir, nein, wir treffen natürlich nicht. Warum sollten wir auch treffen? Komm schon, bau doch ab. Na. Aber was soll denn das? Na, geht doch. Komm schon, komm schon, komm, 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 ja. Abgebaut, perfekt. Wo ist Klipper, kurze Hose. Kurze Hose, okay. Cooler Name. Gefällt mir. So, was haben wir hier? Vier Fichten und Spreter. Ähm, äh, ja. Stöcke, zack, 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 Steine. Äh, kann man mit Steinen... Warum geht das nicht? Oh, okay. Ich weiß, warum, all... 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 Ich weiß, warum, tut mir leid. Ich hab mich heute hier ein bisschen drauf angestellt. Das macht nichts, ey, ich bin immer ein bisschen dumm. Ein, zwei, drei, vier. Was zieht sich? Nein! Mann! Sieht mir an, Scheiß. Nein! Nein! Mann! Mann! Komm schon. Ja, na, geht doch. Ich werde eh gleich von hinten so richtig weggekackt, weil ich einfach zu scheiße bin, die Kacki. Und ehrlich, oh, ich hab's gehört, scheiße. Kann man mit Stein, Pick-Axon, äh, ein Weg-Axon, äh, nein, kann man denn mit dir abruft? Warte mal, kann man denn mit? Bitte, 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 bitte. Du, 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 komm, schon, bitte, bitte, bitte. Natürlich, ja, okay. Ich hab mein Fehler eingesehen, ich weiß jetzt, was abgeht. Alles klar. Gut, 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 versuchen wir's mit der Stein. Und das geht! Das wird auch gehen. das geht nicht ab ist scheiße die länder gesagt die tippe okay Prozent 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 ja gut habe ich gedacht werden man hier um Prokera ja da hat er nicht Prozent an ab da war die tippt 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 die Sprache ich brauche wenn jetzt jemand kommt wenn ich der Betrug dann bin ich super tot dann bin ich tot ja Lalalalalala Lalalalalala Dann wird ich super tot Bin ich, bin ich super tot Das kommt keiner? Der tot? Nein, natürlich nicht Nein! Der tot habe ich ihn getroffen Nein, der kommt von hinten der Wichser Nein! Ja, wenigstens hat er nicht meine Sachen bekommen Der Lauch Ich meine, ich hatte hier auch so viel Ja, siehste, das kommt davon Wenn man einfach schlichten Stuff hat Ja, wenn man einfach Verkackten Scheißdreck hat Ja, und damit soll ich gewinnen? Gebt mir wenigstens eine Pickaxe, man Come on Unsererlich Hätte ich eine Pickaxe gehabt Ja, boah Dann, boah Dann hätte ich so alle vergessen Geh mal was, Mama Ich hab einfach Bock auf noch eine Runde Weil das so einen Spaß macht Gut, scheiße Ähm... Lalalalalalalala Lalalalalala 5 Spieler Haben schon Starte Ich bin heiß! Ich bin heiß! Ich bin heiß auf den Sieg Na... Die werden nicht alle fertig machen Okay Okay, ganz wichtig Erste Aufgabe Dahin Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geht Egal Machen wir trotzdem Oh, boah So, äh... Erste Stil Die Insel Nein, erste Stil Eine Pickaxe bekommen Und ganz viele Löhner Gern viele Löhner sind Manchmal ganz wichtig Jaaa! Das ist unglaublich Schönen die Pickaxe Siehste! Meine Gebete, wer na hört Siehste, siehste, der liebe Gott hört auch nichts So, und jetzt auch schön weit Weit weg buddeln Ich will nicht in ein 3x3 Loch Diesmal nicht, oder? Diesmal nicht So Es gibt da nur eine Sache Das gibt nicht zum Abbauen Doch, doch Es gibt die Dias, die kann nicht abbauen Wasser Ganz viel Wasser Das kann ich nicht anziehen Ich hätte noch was Nein Okay Erste Ziel Die Insel Habe ich gesagt Habe ich gesagt Habe ich gesagt Habe ich gesagt Mach ich auch Und da muss ich mich beeilen Weil ich bin nicht der Einzige, der auf diese Scheiß-Insel will Da bin ich mir eigentlich relativ sicher Und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich mich nicht beeile Und weiter mit so nem Scheiß, die ich hier gerade mache Da bin ich dann ganz schnell wieder unten liege Und das wollen wir nicht Oh nein Komm schon Ist der tot? Buller, ich will da nicht lang, ne? Krasses Teil, Alter Mann, ey Ich hab mich ja jetzt echt weggebockt, Buller Da bin ich ja echt Mann, ey Da denkt man echt Man könnte die Leute Man könnte so'n Start mal benutzen, ne? Ich baue das Ding jetzt nicht ab, weil ich Schiss hab, dass der kommt Komm, fall einfach runter Fall einfach runter, Mann Was hat der Typ vor? Warte, diese Treppe Bruder, du brauchst ja hier noch ein bisschen, ne? Hab ich das Gefühl Ähm, lass dir mal Zeit Nö, du, du machst halt, ne? Puh Es ist nicht wahr Es ist nicht wahr Es ist nicht wahr Es ist nicht wahr Wie ist der denn so schnell runtergekommen, meine Fresse? So ein Böder, Wichser Ich hab keinen Bock mehr, ganz ehrlich Die ganze Zeit nur am Verscheißen hier Wie ist denn der jetzt bitte so schnell bei Rolle gekommen? Der war nicht da noch am Hochbauen Tee, ha, Teeflash lieb Nein, na, 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 jetzt hab ich etwas aktiviert Teeflash Krass Meine, äh, Tasse, meine, äh, 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 meine Feststelltaste ist am Arsch Da ist die Lampe kaputt Jetzt seh ich nicht mehr Teeflash liebe Ja, komm, wir machen noch eine Runde, weil ich jetzt einfach Bock drauf habe Und das Ding auch noch ändern muss Und, äh, ich, äh, morgen um halb acht, wenn ich in Urlaub war und ich dafür noch voll viel Zeit hab Aber, hey, komm, ich hab jetzt Zeit das noch aufzumachen Post Adam war Post handbar Post handbar Pross western Art Art hatten wir noch nicht Art machen, weil wir machen, Art Mann Das ist doch scheiße so Ganz ehrlich Boah, ohne Witz Hätte der Hätte ich noch zwei Sekunden gehabt,, ja Noch zwei Sekunden, oh wow, bitter, bitter, bitter Hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann hätte ich die mit dem Explosifo sowas von da runtergeknallt. Ja, aber richtig zack. Ich komme jetzt, gib mir nochmal eine Diapig-Expert. Ja, oder ein Explosifo, auch nicht schlecht. Und den größten Absturz. Oh, da hinten kämpfen direkt zwei. Zombie. Dann gucke ich mich gleich. Denn ich brauche nicht, ich brauche keine Äpfel. Hallo, ich brauche Waffen. Ja, ich brauche auch keine Lava, bitte nicht. Ich weiß, der was ich kann. Um Praktikum. So, jetzt bin ich mal darüber. Komm, sag ich. Sagisch, all mein Auge juckt. Äh, na, 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 na. Pass auf, der Wichter kommt gleich rüber. Ich wette es mit dir. Mir kann ich nicht meinen Haschko verwenden, dass er gleich rüberkommt und nicht so, run weg wesse. Oh, 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 hahaha. Da, da hat die gedacht, ich fall doch mal drauf rein, ne. Ich habe auch meinen Kindern gelernt, hoffe ich. Lalalalalalalalalalalalalalalala Das muss ich nur noch durch 2 Meter dickes Holz Und das ist nicht so geil Ich könnte mich auch drum mal rumbauen und das mache ich jetzt auch nananananananananananan Ich könnte mich drum mal rumbauen denn das sind noch ganz zu lucky blocks und hätten das ein Penner und der würde mich jetzt gleich runterschließen Wenn ich mich nicht beeindrucken So Wow Fuck off Okay der hat sich da rüber gebaut Das sind die Männer Boah Alter Was war das denn Alter Ich habe gerade so die Gänsehaut bekommen ne Boah habe ich mich jetzt schließlich erschrocken Digga Was geht denn ab mit dir Alter Alter Schock meines Lebens Witz Alter siehste Gott Gott ist immer mit dir mein Freund Gott ist mit dir Ich bin zwar ein Heide und ein Aber Gott ist mit mir Immer Wenn ich will Und ich staume mich auf diese schönen lucky blocks ab weil es keine Sau interessiert Wisst ihr was geil wäre wenn ich jetzt noch diesen Stab bekomme Die taue ich jetzt da und dann schneide ich hinter mir alles ab Dann kann mir keiner folgen Ha 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 Bin ich ein teuflisches Gin Ein Eisenblock Ein fucking Eisenblock Mann ey Was ist denn das Ich bin voll der Lackerpacker Ich bin voll am Lacken Digga Ich bin voll am Lacken Digga Komm Neun Eisenbarren BAM So Erstmal die 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 Lucky Block Abschrauben habe ich noch habe ich noch Blöcke Nein ich habe keine Blöcke Ich könnte hier ab und mit den Lucky Block auch noch holen Ah nein Ich hole mir jetzt erstmal den da hinten Ich habe auch irgendwie Hunger Aber Ich habe ja Äpfel Ich glaube das könnte das meine Runde werden Ich brauche nur Rüstung Ansonsten bin ich eigentlich ganz gut bestückt Äh Geile Scheiße Gott ist gerade echt sowas von hart Geil danke 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 Gott hat meine Rage erkannt Nein Wow Ich musste mich kurz kratzen Und dabei habe ich meine Maus weggeschleudert Und ich werde jetzt fast da reingerein Wäre das passiert Buller Scheiße auf dem Spiel Buller Wäre ich stehen Schade Vermutlich verschwendet Aber er hätte sein können dass ich ihn kille Und dann kille ich den jetzt weil ich habe ja sowieso Eisenblöcke nicht Ähm ich brauche Scheiße Scheiße Ich brauche Eichenholzbretter Oh Ja äh Cap Norbis Wom geht das nicht? Kann ich nicht abhauen Scheiße 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 Wir machen was folgendermaßen Erstmal Den Wechsel hier den Weg ab Erstmal Wenn du ihn nicht bekommst Bruder Bekommst du ihn auch nicht Krass der Lucky Block bleibt stehen Schade dumm Egal Ja Ist so Äh Wir bauen uns jetzt mit dem Scheiß herüber Dem geilen Scheiß Dem Purple Scheiß Mann ich hab neun Eisen Nee über mehr als neun Mann ich hab neun Eisen Ich hab weiß was der vor hat Also ähm es gibt noch vier Spieler Also mit mir dann noch drei Das heißt wenn ich den töte gibt es noch zwei Spieler Meine Chancen sind gut Ich weiß jetzt nicht was der Typ vor hat Es ist mir gerade auch relativ wurscht Weil ich mich nur irgendwie nach da drüben bauen muss Ich brauche nur Holzblöcke Bruder Nur Holzblöcke Dann habe ich äh Ich brauche Holzblöcke Genau Komm schon Komm schon Kann mich hier keiner erstmal runterschießen Ok schnell abrollen Ich baue das da ab weil dann falle ich nach vorne Eventuell Reicht das jetzt schon? Nein ich brauche noch einen Block Ah perfekt So und jetzt schnell rüber So Da ist der Wichser der Bob macht halt irgendwas Keine Ahnung was? Workbench Ich ficke dich anal mein Freund Wird er dich analficken 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 Ich bin ja ein bisschen Meine Hände sind halt ein bisschen schwitzig Muss ich sagen Ich bin jetzt gerade weil äh ich Den Eisen hab und äh was braucht man noch? Ne Hose Ok ne Hose Zack 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 Hab ich noch vier Zack erstmal ne Hose Oh du blöder Hehehe 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 So eine Sneaky Bitch Es sind nur drei Spiele Ok ich habe noch drei Eisenbahn Ich bin ja echt so ein Michael Klappen ne Äh aber Ich bin stolz auf mich Doch wirklich Ich bin äh irgendwie leicht stolz auf mich Da äh lol Ok ist der Typ dumm Macht nix den holen wir uns jetzt Den schönen Lagi Block Der hat wohl einfach nicht damit gerechnet dass da der Boden weg ist Und ich dann hätte das vermutlich auch nicht Aber das macht nichts Mir ist es nicht passiert Also wird es mir auch nicht passieren Denn aufs Microsoft hab ich gelernt man macht nichts und man sollte nie die Fehler der anderen machen Und ich bin mir sicher das was ich jetzt gerade vorpasst auch ein Fehler Aber man muss Na ernst Der Wichser kommt bestimmt gleich einfach von der Seite zack und dann bist du tot und dann Where are you? Auf jeden Fall Ich bin so dumm Ich komm doch gar nicht bis da rüber Ich trolle lol Doch Mein oah Natürlich komm ich bis da Mein der hat sich doch auch da rüber gebaut Komm schon Komm schon Muss ich jetzt rocken Muss ich rocken Das wird jetzt eine 50 Minuten Aufnahme Aber das ist mir egal gerade Weil mein Gott ich bin so aufgeregt Mein ich mein Ich kann jetzt hier gewinnen Leute Steht ihr das? Es sind noch drei Wenn die Hände sind Schwitzig As fuck Da hinten läuft einer Gut Das heißt Einer ist schon mal weiter weg Was ist mit dem zweiten? Sind wir zum zweiten sind am besser Ich hatte jetzt gar nichts damit zu tun Aber mach nicht Aber mach nicht Okay Da unten ist der Block Ach die ist da untergefallen Schade drum Äh was ich bräuchte wenn Ich wollte gerade sagen was ich bräuchte mehr einen Eisenblock Weil dann könnte ich mir das Ding verbessern Was hab ich überhaupt Einen Eisenblock Ja Ist das nicht schön Kann ich mir Ähm Am jeden Fall ein bisschen was Schönes machen Äh Schuhe und ein Helm Definitiv Äh erstmal die Schuhe So kann ich mir auch ein Helm machen Geht das? Man ich bin full equipped hier jetzt Das ist doch mal eine geile Scheiße hier Komm pack das Ding weg Nein Full equipped Full Eisen Immer doch Ich batsch euch weg Leute Ich batsch euch weg Ich batsch euch weg Vor allem das war noch so geil Ich wollte gerade den Satz übersprechen Ich bräuchte jetzt noch einen Eisenblock Und da steht dann einfach einer Oh wundervit Die Hunde die Hunde ist doch mal geil Jetzt äh weiß ich nur nicht ähm Es sind drei Spieler Tierschwert Nur Volle Eisenrüstung Und hab noch drei Eisenbahnen Ähm Ich könnte mir vielleicht noch Nein könnte ich nicht Ich könnte mir vielleicht noch Ich brauche jetzt Das einzige was ich jetzt noch bräuchte Wäre nicht mehr Das wäre noch so Perfekt wäre das Das wäre Überperfekt Aber ähm Na ja Da Was machen wir jetzt Ähm Sagen wir rennen mal weiter Auf unserer kleinen Wut Die wir hier haben Auf der Suche nach Essen Weil ich hab zwar noch viel Äpfel Aber Auch viel Äpfel sind irgendwann Nicht mehr das nach Wahre Weißt du Und dann ist das auch vorbei Ich bin jetzt auch vorbei Und dann lege ich da hoch Ich baue mich hoch Essen für den finalen Fight Weil ich mir sicher bin Und das was nicht mehr lange auf sich warten lässt So letzte Apfel Jetzt bin ich zwar Full und äh sollte auch Kämpfe gewinnen können Was ich ja normalerweise nicht kann Oh ich hoffe die Folge die äh Wird vermutlich lange rendern Schade schade Aber so ist das Leben Ähm Tja Jetzt laufen wir hier rum Wir suchen nach weiteren Besonderen äh Dingen Wie Lucky Blocks Oder Dias Da oben ist zum Beispiel einer Aber ich baue mich jetzt sicherlich nicht Für einen scheiß Lucky Block Nach oben Auch wenn das eigentlich Irgendwie schlau wäre Weil der Typ müsste ja dann auch nach oben Und ich könnte mir dann da eigentlich Völlig safe Base bauen Das wäre aber nicht so schlau Weil der könnte mich dann Wenn der Bogen hat Auch einfach da runter schießen Der hat nicht so eine geile Fluchtmöglichkeit Das frage ich nicht Wir wollen ja auch keine Pussys sein hier Na ich mein Ich hab mich der Urteil gelehrt Don't be a pussy Be the äh Keine Ahnung so was hatte ich nie gesagt aber egal Don't be the pussy Be the one who the pussy kills Also Ich hab das wirklich richtig ausgesprochen Weil ich mein Wenn der 3 in englisch aber trotzdem Boah jetzt hab ich schon wieder Hunger Ja weil ich die ganze Zeit renne Wo sind denn die Mann ich will jetzt eine Hunde laufen fast ne Also irgendwann ist ja auch mal gut ne Gibt's hier überhaupt noch Schipkiner Existiert die noch? Snegt die vielleicht hinter mir her? Was steht los ey? Okay ich will den Lucky Block Den will ich Den Warum sind alle meine Sachen außerhalb des Inventats? Tschi die ich kann mir auch einfach darüber laufen Das hab aber nicht ich gebraucht Das ist geil Ich hab nen Regenstaff ihr Lappen Oh mein Gott I've got a Regenstaff Man Erstens sollte ich mich Okay der hat Okay Zwei kämpfen schon mal gegeneinander Das soll ich gesetzt haben Weil einer Blitzstaff benutzen Das tut man nicht ohne Das heißt einer hat den anderen entdeckt Wer wen entdeckt hat weiß ich nicht Aber irgendwie irgendwas passiert Weil So ein Okay der hinten ist der Der hat auch Full Eisen Wird die Hose scheiße? Das Ding kann ich rocken Muss ich aber nicht Äh Was machen wir jetzt? Scheiße Ah fuck ich muss kurz AFK Und noch hier Ah Ich hab nem Finger weh getan So bin wir da Ist da hinten da einer? Ich seh ich grad nicht Also jedenfalls der eine hat die Hose an Das hab ich gesehen Das ist wie wohl längste Folge Die ich hier aufgenommen habe Schon schon über 19 Minuten Aber ich war ja jetzt auch schon seit Ich weiß nicht wie lange Ich kann mir das hinterland nennen Und hier ist nothing Definitely nothing Also Ich mein ich hab so gar nichts dafür Besser gehts eigentlich kaum noch Das einzige was meine Lage hier um einiges verbessern würde wäre Die Frage ist Wo hat der Typ Dias Hat der die vielleicht Gibt die vielleicht in der Mitte Aber wenn Dann sind die bestimmt auch schon weggelootet Und seit ich weiß nicht wie lange ist auch keiner mehr gestorben So mal laufen hier und hier und hier vorbei Ich glaube ich muss jetzt mal einfach in den Kampf ziehen Und mich stellen meiner Angst Da ist ein Hühnchen Ein Hühnchen Nein motherfucker Ja 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 Ich hab was getötet Ich hab was getötet Ich hab was getötet Ich hab was getötet Ähm Ja Ne Ich weiß gar nicht Wir mussten jetzt eigentlich schon wieder einen Ich weiß gar nicht Früher oder später Ich weiß War das hier Ja hier war das Auf und drei Willkommen zurück Come sweet homeboy Wenn dann will ich auf meiner Insel sterben Ne Aber immerhin Wir haben eine Runde ganz zur Runde geschafft Wir sind einmal im Kreuz gelaufen Krass Erfolg Auf jeden Fall Und da kriegt sie ja schadlich Achter Loller Boah ich hab so ein bisschen Shit Dass gleich irgend so ne Sau von hinten kommt Da hinten Die machen Teeming Oder Ich will was sehen Ich seh nix Wenn die Teeming machen hab ich sie sowieso verkackt Ja Aber äh ich fall da nicht auf die Teeming machen Derzeit behalte ich mich so ein bisschen bedeckt Äh Okay Da ist einer Da ist einer Okay die machen definitiv Teeming Hallo du Bitch Ah scheiße ich kann nicht mehr laufen Das ist nicht geil Das ist nicht geil Das ist definitiv nicht geil Sonst äh hätte ich den so in den Arsch Geblasen Geblasen Du kriegst eine geblasen Mach doch Okay die arbeiten zusammen Ich hab Komm schon Komm schon Das Ding kann nicht rocken Ja Teeming Okay Teeming ist scheiße Aber ähm Ich würd gern sehen Ich würd gern sehen wie die da Weil ich mach ja mit Nico auch manchmal Teeming Das ist halt so Wenn Freunde zusammenstehen sind Arbeiten sie nun mal zusammen Das ist so und ähm Das wird sich auch nicht ändern Und das ist auch Das ist so das äh wird sich nie ändern Aber ähm Waa 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 waaa Aber Bruder ich hab nen Regensteff Und ihr nicht Vermutlich Ich werd erstmal eiskalt daneben Ja meine ich hab ähm Eigentlich so gut tie verloren Aber ich kämpfe natürlich bis Until the end Ich würd gern sehen wie die das gleich machen weil er mit dem allerdings wer von bei die sie entscheiden oder entschieden haben wer von den beiden gewinnen ich meine oder wenn du schlau gewesen wärst würdest du jetzt einfach überlaufen okay alles klar die haben einfach ich habe einen gekehlt lol ich habe einen gekehlt ich habe einen gekehlt aber ich habe einen gekehlt in der im der ich 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 Seite äh, trotzdem, ja, GG, definitiv äh, das war eine sehr spannende Runde muss ich auch schreiben ähm Applaus, so, jetzt beende ich die Folge aber äh, ratzefatzel, weil das ist schon viel zu lange und äh, ich hab grad ne Verabredung, äh, deswegen mach's gut, äh, bis die Tage, ne Tschüss